Ist es hier in der Nähe einer Stadt? Ja, aber zum Laufen ist es bei diesem Wetter viel zu weit. Ein Stück weiter ist eine alte Kirche. Sie wird seit einigen Jahren nicht mehr benutzt, aber besser als hier draußen rumzustehen. Hör mal, mein Truck ist im Schnee stecken geblieben. Ich bin in der alten Kirche. Dad ist in der Kirche? Aber ich dachte, er kommt heim. Wie machen Sie das? Wir haben uns noch nie so oft gestritten wie in den drei Tagen, die wir jetzt verheiratet sind. Da fragen Sie den Falschen. Sagen Sie ihr, was Sie fühlen, und die Welt ist wieder in Ordnung. Ganz so einfach ist es nicht. Vielleicht machen Sie es einfach nur kompliziert. Matt? Er ist weg. Matt weiß, dass seine Eltern hier sind. Also ist er wahrscheinlich auf dem Weg hierher. Matt! Wir finden ihn, Mary, okay? Glaub mir, wir werden ihn finden. Wir finden ihn ganz bestimmt. Egal wie weit er sich von anderen Menschen entfernt zu haben glaubt. Mom! Matt! Es ist niemals zu spät, nach Haus zu kommen. Man lässt sich so leicht vom Alltag einfangen und vergisst das, was wirklich wichtig ist. Ich liebe dich und ich vermisse dich jeden Tag. Wir müssen den Menschen sagen, wie wichtig sie uns sind. Nicht nur dann, wenn alles gut ist, sondern jeden Tag. Zeitungірge rom. Ich komme jetzt. Gleich 보�ern Sie. 5-15. Vielen Dank.